Hallo Leute und herzlich willkommen zum Classic CrossFit Online Program. Wir haben Dienstag und machen heute mit einem oberkörperlastigen Workout weiter, nachdem ihr gestern wirklich die Beine zum Brennen gebracht habt. Wir beginnen heute mit einer Minute Jumping Jacks, dann haben wir eine Minute Pass-Through, dann eine Minute Jumping Jacks und für eine Minute Around the World plus wieder eine Minute Jumping Jacks. Das bedeutet, wer jetzt keinen Besenschädler hat, der muss sich entweder ein Gummiband nehmen, ein großes Handtuch, je nachdem, dass ihr auf jeden Fall beide Warm-Up Übungen mit durchführen könnt. Dann kommen wir zum A-Teil. Hier haben wir heute ein I-Mom von 12 Minuten und zwar auf die erste Minute macht ihr 10 bis 12 Bench-Tips, auf die zweite Minute 10 bis 12 Dumbbell-Nut-Pull-Over und versucht man das Ganze so zu gestalten, dass ihr 40 Sekunden Belastung habt, 20 Sekunden Pause und wenn ihr merkt, die Pause reicht nicht aus, dann könnt ihr die Wiederholung natürlich auch anpassen, sodass ihr für 12 Minuten hier einen guten Trainingsreiz habt. Seid ihr damit durch, geht's ins Conditioning, hier haben wir eine Aufsteigung leider, 2 auf 20 Wiederholungen, Dumbbell-Hankling plus Push-Press bedeutet bei 2 Wiederholungen, ihr macht einen rechts, den nächsten links bei 4, 2 rechts, 2 links und am Ende bei 20, 10 rechts und 10 links. Das Ganze gepaart mit diagonalen D-Ups und nach jedem Set macht ihr 30 Double-Under bzw. 30 Mountain-Climber, wenn ihr keine Double-Under machen könnt. Gewichte sind klar für Competition, A-Rex und Scale und dann haben wir Fierce Accessory noch Reverse Snow Angels, heute auch mit einer Zeitvorgabe, und zwar 60 Sekunden am Stück durchbewegen, das heißt das Tempo spielt keine Rolle, deswegen würde ich empfehlen, arbeitet langsam und sauber, sodass die Schultern nochmal richtig brennen, dazwischen in rund 30 Sekunden Pause und seid danach denke ich auch vom Oberkörper her durch, sodass wir morgen mit einem Wall Street Wednesday weitermachen können. Also viel Spaß und bis morgen. Ciao.